Du bist auch auf der Suche nach der absoluten Wahrheit? Ich war auch auf der Suche nach dieser absoluten Wahrheit. Ich habe jahrelang gesucht und ich habe sie gefunden. Hier ist die absolute Wahrheit, das Wort Gottes, die Bibel, das Wort Gottes des Gottes Israels. Hier findest du die absolute Wahrheit. Lies die Bibel und sag nicht, sie ist nur von Menschen geschrieben und es ist alles eine ausgedachte Geschichte. Denn wer sowas sagt, hat die Bibel entweder nie gelesen oder er hat sie nur überflogen, aber er hat sich nie damit von ganzem Herzen beschäftigt. Lies die Bibel und finde heraus, dass dieses Buch, wie darin auch geschrieben steht, vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Ja, von Menschen geschrieben, aber durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst inspiriert. Und wenn du dir Zeit nimmst und es mit Liebe studierst, dieses Buch und Gott frägst, dass dich der Heilige Geist führt, dann wirst du erkennen, dass hierin allein die Wahrheit steht. Die absolute Wahrheit. Ja, von Gott!